Jo, was geht ab? Hier ist euer RapMarik und wir haben heute einen interessanten Ort für euch und zwar die Feuerwehrstation. Vielleicht kennen das teils Leute noch nicht. Gut, dass wir ein Video davon heute mal machen. Ja, Leute, ihr könnt auch gerne in unsere Crew beitreten und auch bei manchen Videos mit dabei sein. Da haben wir auch kein Problem mit. Hier unsere Crew Logos nochmal und unsere schönen Farben. Ja, fahren wir jetzt erstmal dahin. Zuerst einmal für geile Deathmatch. Diese Feuerwehrstation eignet sich total geil, weil da ist dieser Turm hier. Und mit dem würde es, glaube ich, richtig Fun machen, wenn man daraus Sniperen würde oder sonst einen Scheiß. Ich glaube, das ist mega geil, wenn man sich daraus ein Deathmatch erstellen würde. Würde ich euch empfehlen, gönnt euch mal diese Location. Das war aber auch noch nicht alles. Wir fahren jetzt direkt in eine Feuerwehreinfahrt oder Garage von der Feuerwehr, wo ihr halt die Autos gleich da reinzubauen. Manchmal bauen die auch gar nicht erst da rein. Auf jeden Fall kriegt ihr auch da auch gleich die Feuerwehrautos her. Und ihr könnt dann auch echt hier reingehen. Könnt ihr mal rumgucken, was ihr da so alles findet. Ja, sonst geht da eigentlich nicht viel mehr. Ich finde das aber ein chilliger, interessanter Wort. Den wollte ich euch unbedingt nochmal zeigen. Vielleicht gibt es auch dafür mal irgendwann mal einen Glitch, dass man da reinkommt oder so direkt in das Gebäude rein. Müsste man aber gucken. Ich schätze mal, geht da nichts. So, das war es von mir. Haut rein, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Ciao.